Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Mario Kart 8 Deluxe on... Äh, warte, Telefon geht, Telefon geht. Was? Was? Mario Kart fällt aus? Was? Okay, Splatoon 3 stattdessen? Äh, okay, ja gut. Okay, ja. Ah, verstehe, verstehe, okay. Kann ich ja dann gleich in der Aufnahme erklären. Gut, gut. Alles klar, dann, dann, bis später. Mein Management hat's angerufen. Mario Kart fällt aus? Was ist denn da jetzt? So, okay, äh, Mario, äh, was? So, äh, ich bin gar nicht viel vorbereitet. Was nehme ich denn jetzt für eine Waffe? Äh, einfach mal Augen zu machen und einfach das nehmen, was... Warte, wenn ich hinten angekommen bin, ist dann, äh, geht's dann vorne wieder weiter? Ah, nee. Gut, dann mache ich trotzdem so mal ein bisschen Augen zu und nehme irgendeine Waffe, die jetzt hier, äh, drankommt. Einfach so aus random. Mal ein bisschen random, äh, randomness hier mit reinnehmen. So, ich denke mal, ich nehme diese Waffe, die ich da jetzt ausgewählt habe. Bedeutet, die kaufe ich. So was ist... Aha, okay, okay. Äh, das ist... Okay, das könnte interessant werden. Okay, mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Wir sehen uns in der Runde wieder. Es war ja eigentlich Mario Kart geplant. So, übrigens mit dabei sind Angie, Jonas und Bernie. Äh, Bernie in meinem Team. Es war Mario Kart für den heutigen Tag geplant. Allerdings. Das Problem ist, meine Kartrutsch ist kaputt. Wir wollten jetzt Mario Kart ganz genüsslich aufnehmen und, ja, wollte die Kartrutsch reinstecken. Funktioniert nicht. Herumprobiert, herumprobiert. Ich saß da bestimmt jetzt in 10 Minuten und hab herumprobiert. Will nicht mehr. Die Kartrutsch ist kaputt. Ich muss nochmal neue Mario Kart kaufen. Geil. Okay. Jetzt, jetzt verstehe ich auch, warum Mario Kart sich noch so sehr tolle verkauft. Die gehen jetzt alle nach all den Jahren jetzt kaputt? Na klar. Das, aha, was ist das von Sie von Ihnen? Das war die Strategie, ja. Das war die Strategie von Ihnen. Ja, genau. Okay, verstehe, verstehe. Ja, beim, beim Kunden-Service dann auch auf die Spiele hinweisen. Das ist smart. Und dadurch, ja, äh, dann wurde jetzt so in den Raum geworfen. Dennis, Splatoon 3. Mach doch mal Splatoon 3 jetzt. Von wem wohl? Hm, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Und darum sind wir jetzt hier in Splatoon 3. Damit als Ersatz hier jetzt noch am Ende des Jahres noch irgendwie ein Video kommt. Oder warte, ist das? Nee, es ist ja, heute ist Silvester. Heute ist Silvester. Wir haben jetzt Weihnachten eigentlich. Oh, was ist meins? Ja, ich hab ein, okay. Ja, ich muss mich entscheiden, ob ich dich kille oder den anderen. Äh, und noch nicht frohes Neues, wie gesagt, es ist Silvester, also es ist noch nicht Neujahr. Oh. Ja, okay. Aber dann, morgen frohes Neues. Richtig. Ich hau mal ein bisschen ab, das ist mir das... Achso, du wirst es abgehauen. Nein, ja! Okay, Nintendo Switch Online, okay. Bei mir bist du auch irgendwie eine halbe Sekunde später gestorben. Daher... Ja, genau. Für mich war es fein, dass du nicht gestorben bist. Das war für mich logisch. Aber okay. Aber okay. Vielleicht war einfach der Motorpart, vielleicht dachte es sich so, meines Witts, so der Motorpart, der war so schrecklich. Es ist keine Ohne, Yvonne und so. Du musst jetzt diese Woche jetzt nochmal zocken. Stream haben wir jetzt am Samstag halt auch nicht, weil ich nicht zu Hause bin am Samstagabend. Was ist denn hier jetzt so? Warum ist da plötzlich jemand? Hallo Angie. Kamst du aus dem Nix? Und ja, es ist halt so, das Gute ist, dass jetzt eh kein Mario Kart Stream in den nächsten zwei Wochen, sag ich mal, geplant ist, weil jetzt diesen Samstag kein Stream. Danach den Samstag ist Platon 3 Splatfest, bedeutet erst danach am Samstag ist wieder Mario Kart und bis dahin habe ich dann wohl ein neues Spiel. Und der nächste Mario Kart Part in zwei Wochen, der wird dann halt, ja, bis dahin versuche ich dann auch ein neues Spiel zu kommen. Ich muss mal gucken, vielleicht finde ich irgendwo was günstiger ist, oder vielleicht gebraucht oder so. Mal gucken, mal gucken. So, Angie, ah ja, okay. Also bis jetzt komme ich auch mit dem Schmackpa ganz gut zurecht, würde ich mal fast behaupten. Das mag. Mal gucken, mal gucken, wie das so hier noch weiter hinläuft. Mal kurz, Teammate retten. Ich sterben. Nein. Ah, leider konnte ich dich nicht rechtzeitig kriegen, Jonas. Ich wollte schon meinen Teammate so ein bisschen retten. Oh, schön, schön. Schön. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das reicht. Oh, ja. Ich habe nämlich vorher nicht auf die Karte gesehen. Das wäre jetzt ein Dankeschön. Let's go. Dankeschön. 44,6 Prozent. Ja, so muss das. So muss das. Läuft viel besser als am Montag. Also, Nintendo wollte es so. Ein schöner Sieg. Ein schöner Sieg. Acht Kills. Vier Tote. Ey. Ich und Schwapper. Und dann acht Kills. Ich bin zufrieden. Das kann man machen. Das kann man machen. Okay, Doki. Gut, Jonas und, äh, Böni haben die Plätze getauscht. Alles klar. Dann willkommen, Jonas. Tschüss, Böni. Oh, das kann man machen, Böni. Nee. Aber zwei auch, ne? Ja, bei uns auch einer. Kett drin. Gut, dann gucken wir mal. Fern war überall alles orange. Machen wir mal. Machen wir mal. Nee, so ein Blaster gefällt mir schon mal nicht. Aber okay. Ja, der Schwapper hat hier, ähm, Spider-Man-Uni noch mit der... Da hat sich jemand versteckt. Das ist bestimmt der von vorhin, der sich... Ach, nee, ist es nicht, aber hallo, Angie. Ich hatte vorhin in der einen, einen Wärmrunde... Hatte ich jemanden, der sich in meiner Tinte versteckt hat. Und ich hab den ein Glück durch Schwarmaketen angesehen. So. Springen. Wunderbar, wunderbar. Und nochmal springen. Ja, Angie, ich hab dich auch. Aber jetzt ist schon zweimal gestorben. Das ist nicht so schön. So. Ich mach mich auch mal ein bisschen ums Ferben. Wir haben leider keine so gute Einfahrtwaffe hier. Ich seh Böen hier auch da hinten. Ich hab zwei mit einem Schlag bekommen. Ja, klar. Der Schwitzer. Moin. Oh, nee! Ah, Böen, hast du gedacht, ey? Ich hab's in der Kamera bekommen. Hast du gedacht? Danke, Dennis. Ach, Mann. Wie er mich von hinten holen wollte? Oh, Böen, hab ich dich schon wieder? Yeah. Was ist mit dir los? Du schwächtest. Ich hab eigentlich beide. Hast du nicht los, Großer? Hast du nicht los, der auf Mario Kart jetzt eingestellt? Was? Nein. Es läuft super. Weiß gar nicht, was du hast. Es läuft super, Angie. Ich glaube, ich seh schon. Ja, komm, da gehen beide rein. Ja, ich hab beide. Oh, yes. Ich hab beide. Yes, yes, yes. Oh, Mann. Sei froh, wenn du mir, dass deine Teammates so stark sind. Da spawnt jemand. Meine Teammates. Nein, ich wollte wer. Würde ich sagen. Oh, Einglub stinkt aber. Uiuiui. Ah, linke Seite, müssen wir mal helfen. Da ist doch schon die Böni-Rolle hier. Böni? Schade. Schade, Schokolade. Oh. Oh, nee. Nee, natürlich Blaster. Angie, ich seh dich. Das bringt mir aber nix. Ja, irgendwie schon, ne? Also dann war es mal so, dieser Part ist schon mal erfolgreicher als der letzte Part. Einen Sieg habe ich schon. Guck mal, wie viele noch kommen, ne? Ja. Ich glaube, das ist jetzt vorbei. Ich hab doch, ich bin nur gesprungen, Mensch. Jetzt kann ich natürlich wieder... Ach, nee. Okay, komm. Was? Hä, was? Okay. Ich bin noch am Leben. Was? Warum lebe ich noch? Oh, Mann. Da stehen sie da, alle hinten. Ja, gut. Das war jetzt vielleicht keine so erfolgreiche Runde, aber das ist nicht so schlimm. Ich hab Böni oft die Runde bekommen, muss ich sagen. Ja, ich auch. Ja, das stimmt. Also ich will nicht wissen, wie oft Böni gestorben ist. Mal gucken, oder? Ja. Also auch, wie ich an euch gestorben bin, wahrscheinlich, oder? Drei Kills, das war, glaube ich, mindestens zweimal Böni. Ja. Bei mir auch irgendwie. Äh, Böni, Böni, Böni. Fünf Tode? Eieiei, du schwäschst jetzt so richtig doll. Guck mal, der Slashy an. Der hat keinen einzigen Tod. Also Böni, was ist mit dir los? Jetzt so drauf, ne? Ich würd mal zum Arzt gehen. Äh, wirklich? Er tritt. Okay, uh. Alle in einem Team. Zufällig haben wir gerade darüber. Ich brauche eben vom letzten Splatoon 3 und ein paar. Die letzte Runde. Gut. Dann wollen wir mal, wollen wir mal, wollen wir mal. Erstmal ein bisschen hier alles einführen. Was haben wir für was? Oh, ne, Airbush. Zweimal der Schwapper ist das bestimmt Böni. Ja, war ja klar. Und dann Angie wieder Fernblaster. Ja, Angie war ja mit dem Fernblaster gerade letzte Runde. Sehr, sehr gut. Also Angie, bitte weiter so. Ja, da haben wir schon mal einen. Sehr gut. Dann hier mal zur Ecke. Ja, ist schon mal. Guck mal, guck mal. So, hier, zack. Ja gut, jetzt erst mal wieder zurück. Aber hinten, äh, Spider-Man. Dann hier gut ausgenutzt. Und dann hier mal alles schön umfärben. Wir müssen unsere Runde vom letzten Part halt gut machen jetzt hier. Ja. Schon wieder verloren, ne? Richtig. Wie jede Runde, die ich im letzten Part gezackt habe. Oh, Böni, ich habe mich wieder durchgeopfert. Ja, das ist jetzt trotzdem eine ungünstige Situation. Du bist schon wieder vier am Sterben. Ach, was? Das kommt dir nur so vor. Ah, okay, okay, okay. Dann bin ich ja beruhigt. Das ist eine optische Illusion. Ich habe schon richtig Angst bekommen. Die sind da hinten Vorsicht, Leute. Oh, ja, ich sehe es. Ja, das ist, pass auf, ne? Ja. Ich gehe wieder zurück. Alles hier, passend, alles passend. Da kommt, da. Rechte Seite, bei dir übrigens. Ja, den habe ich bekommen. Okay. Ja, gut, gut, gut. Mal von hinten ein bisschen ein. Haben wir gleich, haben wir gleich. Habe ich. Ach, ich kann mich da hinten nicht dran. Ja, da ist jemand, pass auf. Hinter mir auch. Ihr habt ihn. Danke sehr. Ja, sehr gut. Ja, habe ich auch. Äh, oben jetzt. Splatana ist es, glaube ich. Da haben wir uns gegenseitig. Okay, ja. Ja, voller Wisch. So. Ich habe ihn bekommen. Mit Hi, ja, mein. Engel, ich bringe mal zu dir. Ja, du machst schon zu mir. Sehr schön. Ah, die kommen gleich von uns. Ja, hinter mir. Hinter mir. Ich bringe mal jemanden mit. Ah, ich bin zu unfähig. Dennis, push mal nicht so vor. Push mal. Jawohl, hab ihn. Oben, oben. Splatana. Wir haben das hier teammäßig jetzt gerade gemacht. Ich bin tot, leider. Aber das sind zwei oben. Was? Wie habe ich den bekommen? Wie habe ich den gerade bekommen? Ich brauche schon Hilfe. Oh. Achso, eine Klecksbombe lag da. Das ist natürlich doof. Ja, sie springen natürlich genau da runter. Ja, na klar. Oh, haben wir dich da hinten? Oh, einer ist korrekt. Oh, einer ist ja. Ja, aber das steht ja eh nicht mehr jetzt. Ja, richtig. Keine Ahnung, was dir die Gegner gemacht haben. Nicht viel. Ja, aber gut. Die haben von Anfang an gesehen, dass wir vier in einem Team sind. Da haben sie gleich eingesehen, dass sie keine Chance haben. Ja, halt wirklich, ne? Ja. Ein little bit zerstört. 68,8. Ich habe nur Silbermedaillen, ernsthaft? Ich habe Goldmedaillen nur. Ja, erster Platz Haftsprung. So macht man das. Okay. Kann keiner von euch. So. Sieben Kills, drei Tode. Sieben Kills, ein Tod. Kann man machen. Sehr gut. Bödeni bestimmt wieder fünf Tode. Nein. Zwei. Aber Bödeni ist es trotzdem irgendwie schwach. Irgendwie schwach. Irgendwie. Ja. Aber er hat noch 15 Kills, ne? Also, weiß er nicht. Jo. Angie ist geblieben. Die anderen beiden sind wohl weg ins Gegnerdienst. Vielleicht seid ihr auch weggegangen, also. So. Ne, ne. Wir sind nicht weggegangen. Ne. Eigentlich seid ihr weggegangen. Also, ich meine so, ne? Ja. Also, ich glaube eher, ne. Parade nennt man das. Ja, genau. Parade. 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 Das hatten wir am Donnerstag. Also, wir haben es erst am Donnerstag, aber wir werden es gehabt haben. Irgendwie so. Oh, lol. Gehabt haben, alles klar. Das ist der Futur 2. War das der Futur 2? Ja. Ich glaube ja. Ja, das war's. Ja, ja, ich glaube ja. Oh, halt still. Graber, Benni. Graber, Benni. Alles gut, ich lebe. Er lebt. Nein, lebe doch nicht. Okay, das ist schon. Hey. Ja, das, äh, was? Du mit der Sniper? Ja. Okay. Oh Gott. Ich merke, meine Teammates färben die Base richtig ordentlich ein. Also, hier ist ja kaum noch ein Klecks übrig. Das ist kein gutes Zeichen. Das ist echt kein gutes Zeichen. Also, Base einfärben ist sehr, sehr wichtig, aber es kommt ja nicht auf jeden einzelnen Klecks an. Nein. Komm, ich kenne ihn. Ja, irgendwie überlebt. Aua. Oh, was kommt da wieder aus ihm raus? Jungs, er war mit 30 Damage und freut sich jetzt. Keine Ahnung was. Ein Kill ist jetzt. Ja, Angie hat mich weggesammagged. Sehr gut, Angie. Das war nur Abhängung. Alle rechts geführt. Nein. Ja, Dennis, ne? Boah, ich konnte da oben nicht hinwinken. Mein Eimer war nicht groß genug. Einer vor mir. Das tut mir leid. Müssen aufpassen. Ich weiß, ich bin safe. Ja, bin ich. Der Winkelmarker. Hey, du bist nicht tot. Okay. Eieieiei. Eieieiei. Einfach einen Kampf ein bisschen, Jonas. Na ja, also ich habe nur mein Teamate verteidigt, ne? Ja, das hat er so gemacht. Nice. Wie lange hat er gemacht? Was ist das? Nein, will ich nicht. Nein, schmeckt nicht. Nein. Oh, Mama. Ich hätte gar keine Tinten mehr. So. Ja, gut, ne? Zwei Runden bis save one. Also ist bisher ein guter Stand. Ist okay. Ich würde gerne Böni noch einmal kriegen, aber wird es. Ne, ne. Ja, Böni, du schon wieder. Hm? Mit deinen Hex. Mit deinen Hex. Na klar. Jetzt kommen wieder die Hex. Komm her, Doppler. Nein, doch nicht. Oder vielleicht doch? Vielleicht doch? Nee. Komm, alle holen. Alle holen jetzt. Okay, zwei habe ich. Das ist ja schön. Da kommt noch die Flont. So, ich bin wieder am Leben. Ich war schon wieder am Leben. Dennis, nee. Ja, okay. Coole Runde. Ja, gut. Ich weiß nicht mal, ob ich einen einzigen Kill habe. Oh. Ja. Kann man machen. Oder? Ah, das ist ein bisschen eindeutig. 69,1%. Ja, verbeugt euch. Ja, sehr gut. Das ist so toxic, ne, eigentlich. Oh. Mein zwei Kills. Zwei Kills und zwei Goldmedaillen. Dennis, guck mal gleich. Ja. Guck mal, guck mal. Ja, Jonas. Okay, ja. Ja. Kann man machen. Kann man machen. Ja. Okay. Okay, jetzt sind auch da. Okay, doggie. Oh, Angie Böhne gegen Jonas. Alles klar. Hier in der letzten Runde. Habe ich da eben IG gesehen? Ja, aber mit IE. Ach so, okay. Und ohne Nautilus. Okay, dann ist es nicht der wahre IG. Einfach alle haben denselben Banner gehabt, außer ich. Das fand ich jetzt schon ein bisschen unangenehm. Ja, irgendwie performst du nicht in deinem Team. Von den Bannern her. So, guck mal mal, wo die Gegner hier bleiben. Ich bin einzigartig, ja. Von den Bannern her. Hey, 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 hey. Lassen wir mal. Was macht ihr denn da? Das dürft ihr doch nicht. Ja, Angie weg. Oh, oh. Oh, Böni. Oh, oh. Ja? Ich glaube, wir haben beide einfach nur Angst voreinander. Ja, er ist... Nee, der kommt da in die Richtung lang. Och, mach ich ja... Ich dachte, er geht anders in den Kreis herum. Nee, jetzt. Einfach sowas. Gut. Auf ein neues. Nee, auf kein neues. Nein? Nee. Okay, dann musst du runterspringen. So, zack. Was machen wir? Machen wir mal. Das hier. Ich bin so schlecht. Ich hab dich gerecht. Danke dir. Nein. Warte. Oh. Ich hätte den so kriegen können. Aber trotzdem hast du mich nicht bekommen, Böni, ne? Nee, hab ich auch nicht. Dann hält er mich einfach nur an. Dann machen wir mal hier mal ein bisschen orange. Nee. Ich bin blau. Habt ihr gut gemacht. So, und wie hab ich das Gefühl, dass manchmal so ein bisschen hier alles so ein bisschen eindeutig ist bisher. So, hast du ja gedacht da oben? Oh mein Gott. Direkt überheblich werden hier. Ja, aber, ne? Ja, aber, ne? Wir haben noch eine Minute, ne? Ja. Was ist denn bei euch los? Ach, mein Kill. Oh, schön, 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 schön. Nein. Ja. Ja, schön, schön. Ja, wirklich schön. Da bin ich eben direkt vor die Nase gesprungen. Nein, nein. Nein, nein, ich muss... Oh, ich hab keine Tente mehr. In die nächste Dings rein, na klar. Ich hab ja auch Glück. Schüss mit euch. Ah, ihr habt nen Disconnect. Mal wieder. Na, perfekt. Richtig fair auch, ne? Ah, von hinten. Natürlich. Schlechte Teammates. Das ist so toxic. Ah, das ist heute irgendwie ein Part. Ich weiß es nicht. Das ist dein Part. Was für ne Erkenntnis? Krank. So, stirbt doch dein... Ich hole dich jetzt noch. So. Jetzt ist mir egal. Jetzt hol ich wieder einen Pöny oder so. Ist das schön auch. Hauptsache, Dennis. So, nochmal hinten springen. Dass ich auch noch dastehe bei den Siegern hier. Überhaupt nicht. Wunderbar. Drei Runden heute, Yvonne. Wovon bei zwei Runden jemand Disconnected ist. Aber es sah schon vorher da eindeutig aus. Also von daher... Aber sehr eintetige Runden heute irgendwie. Okay. Das war's mit Splatoon 3 Online heute. Ja, ja. Statt Mario Kart. Und ich hoffe, dass ich... Vielleicht krieg ich... Also ich werde mich bei Mario Kart noch mal ein bisschen heransetzen. Noch mal ein bisschen probieren. Mal so nebenbei. Kann man das ja mal machen. Und dann... Notfalls möchte ich mir eine neue Mario Kart bestellen. Ist dann halt so. Blöd. Aber wahr. Okay. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Euch noch einen schönen Tag. Und... Tschüss. 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 und Untertitelung des ZDF, 2020